Heute bei Bitte melde dich. Franziska hat ihren Vater nie kennengelernt, doch eine tiefe Sehnsucht lässt sie nicht zur Ruhe kommen. Was wäre so ein Satz, den dein Vater zu dir sagen könnte, der dich glücklich machen würde? Ich hab dich lieb und ich lass dich nie mehr los. Marco aus meinem Team unterstützt mich bei der Suche in England, doch das ist schwieriger als zunächst vermutet. Jason Paul Miller? Hier ganz bestimmt nicht. Boah, ich hatte kurz gedacht, ich bin am Ziel, aber Millers gibt es natürlich auch eine Menge in England. Kann es uns trotzdem gelingen, Franziskas Vater zu finden? Das alles jetzt bei Bitte melde dich. Ich suche meinen Vater, Jason Paul Miller und zuletzt hab ich ihn gesehen, da war ich ein Jahr alt und ich möchte ihn gerne ausfindig machen. Ich weiß von meinem Vater, dass er Soldat in Verlingbostel war, dass er aus England kommt. Meine Eltern haben in den 80ern geheiratet. Diese Ehe hielt aber nicht lang und als ich ein Jahr alt war, haben die sich getrennt und er ist zurück nach England gezogen. Bis zu meinem fünften Lebensjahr wusste ich gar nicht, dass es ihn gibt. Und dann hat meine Mutter uns ein Bild gezeigt und dann habe ich ihn das erste Mal gesehen. Ich war halt erst mal schockiert, weil ich nicht wusste, dass es ihn gibt. Und dann das erste Mal seinen leiblichen Vater zu sehen, das war ein schönes Gefühl. Immer wenn ich meine Mutter gefragt habe, was mit meinem Vater ist, gab es halt immer wieder Streitereien. Und sie wollte einfach nicht, dass ich nachfrage. Mein Bruder Steven, der sucht nicht nach meinem Vater, ich bin die Einzige, die nach ihm sucht. Und ja, das ist leider so, ich muss das akzeptieren. Und wenn er das nicht möchte, dann mache ich es halt alleine. Das Foto, was ich von ihm habe, das bedeutet mir unendlich viel. Das gucke ich mir so oft abends an, bevor ich schlafen gehe. Und wenn ich einen Wunsch frei hätte, dann würde ich... Dann würde ich so gerne... Die Fingerschnipsen an meinen Vater wäre jetzt hier. Das wäre mein größter Wunsch. Dann ist da jemand, ist da jemand. Meine Kindheit war nie richtig schlecht. Er war das Einzige, was wirklich immer gefehlt hat, war... Die Zuneigung zu bekommen, die ein Kind sich wünscht. Ich habe mich mit Franziska verabredet, denn ich möchte versuchen, ihr zu helfen. Franzi, ich freue mich sehr, dass du hier bist. Ich freue mich auch sehr, Julia. Das hat ja einen Grund, du bist auf der Suche nach deinem Vater. Wenn wir jetzt die berühmte Skala bemühen würden, von 1 bis 10, wie groß ist der Wunsch nach deinem Vater in deinem Leben? Da gibt es auch eine Zahl über 10. Also auf jeden Fall 10. Fühlst du diese Sehnsucht auch, wenn du andere Freundinnen oder wen auch immer mit dem Vater siehst, so eng verbunden? Ich kann mir vorstellen, dass das manchmal schwierig ist. Ja. Das ist sehr, sehr schwierig. Wenn ich zu einer Freundin fahren und bei ihr schlafe und wir dann irgendwie zum Essen bei ihren Eltern sind, innerlich schmerzt das sehr, weil einfach dieses Bild, dass da halt auch noch der Vater sitzt und ich das nicht habe, das will ich gar keinem wünschen, weil das ist einfach verletzend und das macht mich einfach traurig. Du spürst diesen Verlust in deinem Leben sehr stark. Ja. Ist dein Vater der blinde Fleck? Ja. Das ist ein Teil, ein großer Teil in meinem Leben, der fehlt. Eine Lücke, die sich nie schließen konnte. Was wäre, wenn er dir sagen würde, dass er dich auch sehr vermisst hat und dass er stolz auf dich ist? Das wäre einfach schön. Das merke ich ja. Das würde ganz viel heilen, ne? Ja, das wäre großartig. Was wäre so ein Satz, den dein Vater zu dir sagen könnte, der dich glücklich machen würde? Ich habe dich lieb und ich lasse dich nie mehr los. Eigentlich so einfach und so groß trotz dir, ne? Was wäre wichtig, was du ihm gerne sagen möchtest? Dass ich all die Jahre an ihn gedacht habe, ich habe ihn immer lieb gehabt und ich habe ihn jeden Tag vermisst und ja, dass ich stolz bin, ihn als mein Vater nennen zu dürfen. Franzi, wir sind heute hier, weil ich natürlich auch mit dir nochmal persönlich sprechen wollte, aber eben vor allem auch, weil ich dir gerne was sagen möchte, nämlich, dass wir uns auf die Suche nach deinem Papa gemacht haben. Und dazu würde ich dir jetzt gerne was zeigen. Okay? Okay. Ja, dann gucken wir mal. Einige Wochen zuvor. Gemeinsam mit Marco aus meinem Team entwerfe ich einen Plan für unsere Suche. Franziska hat nicht viele Informationen, aber sie weiß, dass ihr Vater und auch dessen Vater britische Soldaten waren. 1994 soll Jason Paul dann zurück nach England gegangen sein. Sie hatte jetzt seitdem auch gar keinen Kontakt mehr. Soweit ich weiß nicht. Er war Soldat bei der britischen Army. Und was ich dir noch mitgeben kann, sind die Namen der Eltern. Ah, das ist super. Also der Großeltern von Franzi. Das ist Stephen Francis. Stephen Francis mit PH. Genau. Und Linda Joyce. Linda Joyce. Okay. Ja, Jason Paul Miller scheint mir jetzt eher ein sehr geläufiger Name. Und ohne Geburtsdatum komme ich natürlich nicht weit. Nee. Deswegen denke ich, ist das Wichtigste, dass du in England mit der Information anknüpfst, dass er damals bei der britischen Armee war. Bei der Armee selber kriegen wir leider gar keine Auskunft. Da beißen wir komplett auf Granit. Ich würde dir also raten, zum National Archive zu gehen, weil da bündeln die sehr viele Informationen über ehemalige Soldaten. Alles klar. Halt mich auf dem Laufenden. Mach ich. Sehr gut. Einige Tage später. Marco startet die Suche und reist nach London. Im Südwesten der Hauptstadt liegt der Stadtteil Q. Hier befindet sich seit 2003 das Nationalarchiv des Landes, das TNA. Ich konnte im Vorfeld einen Termin ausmachen, sodass ich jetzt im Archiv nach Jason suchen kann. Hier soll es Massen an Unterlagen geben. Ich bin gespannt, was ich finden werde. Aus über 1000 Jahren britischer Geschichte sollen hier in der angeblich umfangreichsten Archivsammlung der ganzen Welt unterschiedlichste Dokumente zu finden sein. Da große Teile des Archivs mittlerweile digitalisiert sind, kann Marco relativ gezielt nach Informationen über ehemalige Angehörige des britischen Militärs suchen. Doch Soldaten mit dem Namen Miller gibt es unendlich viele. Und zum Vornamen Jason Paul? Jason Paul Miller finde ich gar nichts. Ich versuche es mal mit dem Vater. Stephen Francis Miller. Glücklicherweise kennt Franziska den Vornamen ihres Großvaters. Dies könnte ein Riesenvorteil sein, denn auch der war beim Militär. Ich habe hier was gefunden. Stephen Francis Miller, Corporal, the Staffordshire Regiment. Und da ist tatsächlich sogar seine Armeenummer. 24099485. Das drücke ich mir direkt mal aus. Zu Jason habe ich leider nichts gefunden, aber zu seinem Vater Stephen, also Franzis Großvater, gab es einige Informationen aus seiner Zeit beim Militär. Und damit mache ich jetzt weiter. Am nächsten Tag. Marco ist gut zweieinhalb Stunden nordwestlich in die englische Region der West Midlands nach Litchfield gereist. In dieser Region war das Regiment von Stephen, dem Vater des Gesuchten, stationiert. Im historischen Zentrum der kleinen Stadt hat Marco heute eine Verabredung. Ich habe mich gestern schlau gemacht und herausgefunden, dass es einen Veteranenclub gibt von genau dem Regiment, wo auch Jasons Vater Stephen gedient hat. Ich hoffe, dass ich hier herausfinden kann, wo ich Stephen finden kann und am Ende vielleicht sogar Jason selbst. Kurzfristig haben sich zwei Veteranen des Clubs bereit erklärt zu helfen. Marco hat bereits den Namen Stephen Miller erwähnt und die beiden gaben an, ihn gekannt zu haben. Entschuldigung, ich bin mit zwei Herren vom Veteranenclub verabredet. Die sitzen hier direkt um die Ecke. Vielen Dank. Guten Tag, sind Sie die Herren vom Veteranenclub? Das bin ich. Angenehm, mein Name ist Marco. Das ist Smacker. Schön, Sie kennenzulernen. Ersetzen Sie sich doch. Was können wir für Sie tun? Ich erkläre es Ihnen. Danke, dass Sie sich Zeit für mich genommen haben. Kein Problem. Sie könnten mir eine große Hilfe sein. Ich suche einen gewissen Jason Paul Miller. Bisher konnte ich nur etwas über seinen Vater Stephen Francis Miller finden. Nach meinen Informationen kennen Sie ihn? Genau. Wir kennen ihn aber als Dusty Miller. Wir hatten nämlich alle Spitznamen in unserem Regiment. Wir haben zusammen gedient. Ich wusste gar nicht, dass er Stephen heißt. Ich wusste gar nicht, dass er Stephen heißt. Ich auch nicht. Jeder kannte ihn als Dusty Miller. Dusty. Dusty? Warum hat man ihn so genannt? Er hieß Spider und ich Smacker. Er hieß Dusty, weil sein Nachname Miller war. Ein Müller arbeitet in einer Mühle. Durch das ganze Mehl ist es dort sehr staubig. Deshalb Dusty Miller. Wir hätten ihn auch Windy Miller wegen der Mühlflügel nennen können. Können Sie mir sagen, wie ich in Kontakt mit Stephen Francis treten kann? Keine Ahnung. Wir haben keinen Kontakt zu ihm. Wir wissen nicht, wo er leben könnte. Gibt es denn irgendeine Möglichkeit, ihn zu finden? Es gibt da einen Mann namens Paul Monaghani. Er ist sehr gut vernetzt, denn er ist der Vorsitzende des Veteranenclubs. Er könnte ihnen vielleicht weiterhelfen. Und das klingt gut. Ja. Als wir noch dienten, waren die beiden gute Freunde. Ich habe hier ein altes Foto. Ja, wir haben hier eine Fotografie von Dusty. Der hier ist es. Das ist Dusty? Ja. Und das hier ist sein Freund Paul Monaghani. Auf dem alten Foto des ehemaligen Regiments ist nicht nur Franziskas Opa, sondern auch ein Soldat abgebildet, der eng mit ihm befreundet gewesen sein soll. Ein Mann namens Paul Monaghani könnte mehr wissen. Und mit dem sind die beiden noch in Kontakt. Das hier ist seine Telefonnummer. Wenn Sie ihn anrufen, grüßen Sie ihn bitte von Smacker und Spider. Okay. Erkennt Ihre Spitznamen? Auf jeden Fall. Vielen Dank. Das ist für mich von großem Wert. Vielen Dank. Wir danken Ihnen. Und bleiben Sie gesund. Wieder einen Schritt weiter. Ich hoffe, Paul kann mir weiterhelfen. Glitchfield am nächsten Vormittag. Marco konnte bereits mit Herrn Monaghani Kontakt aufnehmen. Ich konnte Paul erreichen, habe aber nur kurz mit ihm gesprochen. Er wollte sich lieber persönlich mit mir treffen und deshalb bin ich jetzt mit ihm verabredet. Den See des Ortes im Zentrum hat der ehemalige Soldat als Treffpunkt vorgeschlagen. Hi there. Are you Paul? Hallo. Sind Sie Paul? Ja. Ich bin Marco. Schön, Sie kennenzulernen. Danke, dass Sie sich Zeit genommen haben. Ich habe Ihnen ja gestern am Telefon gesagt, dass ich jemanden suche. Ich erkläre Ihnen mal, wen genau. Ich suche einen Jason Paul Miller. Ich habe aber bisher nur etwas über seinen Vater, Steven Francis Miller, herausfinden können. Ich soll Sie außerdem von Spider und Smacker grüßen. Sie kennen die beiden? Danke. Ich kenne die beiden ganz gut. Vielleicht können Sie mir kurz bestätigen, dass das hier der Dusty ist, den Sie kennen. Die beiden haben mir dieses Foto gegeben. Das ist das Typ? Ja. Und das sind Sie? Ganz genau. Das Bild ist recht alt, aber es kann mir vielleicht weiterhelfen. Mir wurde gesagt, dass Sie Kontakt zu Steven Francis Miller haben. Stimmt das? Ähm, da habe ich leider schlechte Nachrichten für Sie. Er ist vor einigen Jahren verstorben. Oh nein. Doch. Wie traurig. Das tut mir sehr leid. Was für eine traurige Nachricht. Leider ist Franziskas Opa bereits vor einigen Jahren gestorben. Paul kannte den ehemaligen Kameraden recht gut. Er wusste auch, dass er einen Sohn hatte, der ebenfalls in Deutschland stationiert war. Wissen Sie, wie ich irgendwie Kontakt zu Jason und seiner Familie bekommen kann? Tut mir leid. Jasons Mutter lebt momentan irgendwo im Ausland. Ich habe sie schon eine Ewigkeit nicht mehr gesehen. Und Jasons Großeltern leben nicht mehr. Ich kann ihnen da leider keinen relevanten Kontakt bieten. Wissen Sie denn, wo Steven vor seinem Tod gelebt hat? Sie lebten in der Kohima Road in Colchester. Das war eine Siedlung für Armeeangehörige. Colchester? Ja. Wie heißt die Straße nochmal? Kohima Road in Colchester. Genau. Das ist doch schon mal ein Hinweis. Vielen Dank, dass wir uns treffen konnten. Gern geschehen. Viel Erfolg. Danke und herzliches Beileid nochmal. Alles Gute und bleiben Sie gesund. Good luck to you and stay healthy please. Thank you. Vielen Dank. Bye bye. Bye. Ich bin auf dem Weg in die Kohima Road. Das ist zwar eine ziemlich vage Spur, aber vielleicht erinnert sich jemand an die Familie Miller. Franziskas Opa Steven soll hier zuletzt gelebt haben. Da er erst vor einigen Jahren verstorben ist, könnte sich möglicherweise einen Nachbar finden, der weiß, was aus dem Rest der Familie geworden ist. Stevens ehemaliger Kamerad war selbst nie in der Kohima Road. Und so konnte er auch keine Hausnummer nennen. Marco muss sich durchfragen. Entschuldigen Sie die Störung. Keine Angst, wir sind vom deutschen Fernsehen. Ich suche eine Familie Miller. Keine Ahnung. Die sollen in dieser Straße wohnen. Ich suche Jason Paul Miller. Nein, da klingelt bei mir nichts. Steven Francis Miller, Linda Joyce. Ich kenne den Nachbarn nicht so gut, tut mir leid. Deshalb habe ich keine Ahnung. Danke sehr. Have a good day. Bye. Eine Frage. Ich suche eine Familie Miller, um genau zu sein, einen Jason Paul Miller. Kennen Sie ihn? Jason Paul Miller? Ja, in dieser Straße. Er hat hier mal gelebt oder lebt hier noch? Steven Francis Miller oder Linda Joyce Miller? Nie gehört. Aus welchem Grund suchen Sie die? Eine Frau aus Deutschland sucht ihn. Jason Miller ist ihr Vater und wir helfen ihr bei der Suche. Verstehe. Nicht, dass ich wüsste. Keine Millers bekannt? Nein, ich kenne hier keine Millers. Kennst du sie? Nein. Dann suche ich mal weiter. Vielen Dank. Gerne. Schönen Tag. Ihnen auch. Tschüss. Eine Frage. Ich suche eine Familie Miller. Sie sollen in dieser Straße wohnen. Miller. Darunter? Welche Hausnummer? Ein Stück weiter runter. Zwei, vier, Nummer 36. 36. 36? 36. Vielen Dank. Kein Problem. Das war ja wirklich nur eine vage Spur. Aber die Millers wohnen tatsächlich noch hier. Vorne muss es sein. Hier hat er gesagt. Hallo, keine Angst, wir sind vom deutschen Fernsehen. Ich suche die Familie Miller. Ja? Ich suche einen Jason Paul Miller. Oh, da sind sie falsch. Hier wohnt David Miller. David Miller. Genau. Ich suche Jason Paul Miller. Seine Eltern heißen Stephen Francis Miller und Linda Joyce Miller. Nein. Das ringt eine Bell? Nein. Tut mir leid. Einen Moment, bitte. Die suchen einen... Wie war der Name? Jason Paul Miller. Jason Paul Miller. Hier ganz bestimmt nicht. Definitiv nicht. Schade, ich dachte, hier wäre ich richtig. Tut mir leid. Vielen Dank und schönen Tag noch. Tschüss. Boah, ich hatte kurz gedacht, ich bin am Ziel, aber Millers gibt es natürlich auch eine Menge in England. Ich suche eine Familie Miller. Miller? Jason Paul Miller. Sein Vater heißt Stephen Francis. Er lebt leider nicht mehr. Ein Nachbar ist gestorben, als er mit seinen Hunden in den Feldern spazieren war. War er es vielleicht? Wann war das? Vor ein paar Jahren. Hieß er Stephen Francis Miller? Er hieß Stephen, aber ob er Miller hieß, weiß ich nicht. Wir suchen ihn, weil er eine Tochter in Deutschland hat, die ihn sehr vermisst. Wir versuchen ihn für sie zu finden. Ah, verstehe. Ich komme aus Rumänien. Filmt ihr mich gerade? Ist das in Ordnung? Kein Problem. Es ist für das deutsche Fernsehen. Das gibt es in Rumänien auch. Ihr führt Familien zusammen? Genau, das gibt es in vielen Ländern. Das ist eine schöne Sache. Ich frage mal meine Frau. Einen Moment. Super, danke. Ich mache zu, damit der Hund nicht bellt. Kein Problem. Sie weiß nur, dass Daves Frau eine geborene Miller ist. Sie wohnen drei Häuser weiter. Habt ihr mit denen schon gesprochen? Ja, da waren wir schon. Das sind leider die Falschen. Sie sind es nicht, okay. Und die kennen auch keine anderen Millers. Nein, leider nicht. Tut mir leid. Vielen Dank und schönen Tag noch. Alle Anwohner der Straße sind äußerst freundlich und hilfsbereit. Doch zu der gesuchten Familie kann niemand etwas sagen. Die sollen in dieser Straße leben. Kenne ich nicht. Jason Paul Miller. Nein, sorry. Ich kenne hier fast jeden. Der Name sagt mir gar nichts. Seine Eltern heißen Stephen Francis Miller und Linda Joyce Miller. An Stephen erinnere ich mich. Wirklich? Sehr gut. Ich weiß, dass er leider verstorben ist. Ja. Ich suche eigentlich Jason Paul. Wissen Sie denn, wo die hingezogen sind? Ich habe keine Ahnung. Da kann ich Ihnen leider nicht weiterhelfen. Ich suche verzweifelt nach einem Hinweis. Wissen Sie denn, wo die Familie vorher gelebt hat? Irgendwo in den Midlands. Sutton Coldfield. Sutton Coldfield? Ja. Wie weit von hier ist das? Ist das weit von hier? Oh, vielleicht so 90, 100 Meilen. Oh, ganz schön weit. Ja. Aber Sie sind sich ganz sicher? So habe ich es in Erinnerung. Vielen Dank. Aber gerne. Viel Glück bei der Suche. Vielen Dank. Schönen Tag noch. Bye-bye. Ich suche eine Familie Miller. Jason Paul Miller, um genau zu sein. Sein Vater Stephen Francis Miller oder Linda Joyce Miller? Den Namen kennen wir nicht. Jason Paul Miller, Stephen Francis Miller? Das sagt mir leider nichts. Tut mir leid. Jason Paul Miller, Stephen Francis Miller, Linda Joyce Miller? Tut mir leid. Ich wohne erst seit einem Jahr hier. Vielen Dank. Schönen Tag. Tschüss. Viel Neues habe ich jetzt in Colchester nicht erfahren. Aber zumindest weiß ich jetzt, woher die Familie Miller kommt. Und zwar aus Sutton Coldfield. Und da fahre ich jetzt mal hin.